Im Westen nichts Neues, von Erich Maria Rimac ist ein Roman über die Erfahrungen eines jungen deutschen Soldaten namens Paul Baumer im Ersten Weltkrieg. Er zeigt die Schrecken des Krieges und seine Auswirkungen auf die Soldaten, die in ihm kämpfen. Paul und seine Kameraden erleben den Krieg als eine barbarische Erfahrung, die nicht nur Tod und Verletzung, sondern auch seelisches Leid und Traumata verursacht. Zu Beginn des Buches ziehen Paul und seine Kameraden noch voller Begeisterung und Patriotismus in den Krieg, angetrieben von den Propagandabotschaften ihrer Regierung. Doch schnell wird ihnen klar, dass der Krieg keine heroische Angelegenheit, sondern ein sinnloses Gemetzel ist. Die Soldaten kämpfen ständig gegen Hunger, Krankheit und Tod und sehen verstümmelte Freunde und sterbende Kameraden. Durch ihre Erlebnisse entfremden sich die Infanteristen Stück für Stück von der Gesellschaft und entwickeln eine Solidarität, die nur unter Kriegsbedingungen möglich ist. Doch diese Solidarität hat auch ihre Grenzen, und die Soldaten beginnen, diejenigen zu entmenschlichen, die nicht zu ihrer Einheit gehören. Sie lernen, dass das Töten und Sterben Teil ihres Lebens ist und dass sie keine andere Wahl haben, als weiterzukämpfen. Im Verlauf der Erzählung wird der Leser Zeuge, wie Paul Baumer langsam seinen Verstand verliert und schließlich stirbt. Der Roman endet mit dem berühmten Satz, Er fiel im Oktober 1918 an einem Tag, der so ruhig und still war an der Front, dass der Heeresbericht sich lediglich auf die Feststellung beschränkte. Im Westen nichts Neues Im Westen nichts Neues ist ein eindringliches und kraftvolles Antikriegsbuch, das die Grausamkeiten eines bewaffneten Feldzugs auf eine unverblümte und realistische Weise darstellt. Gleichzeitig verurteilt Rimac nicht nur den Krieg, sondern auch diejenigen, die ihn entfesselt haben und diejenigen, die ihn unterstützen. Der Roman ist ein zeitloses Werk, das uns daran erinnert, dass militärische Auseinandersetzungen immer Quellen des Leids und des Schmerzes sind und dass es immer besser ist, Frieden zu schließen, als Krieg zu führen.